Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Armees haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als drei Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießt nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Waffenfreigabe. Der ist erledigt. Gute Arbeit! Da sollten noch ein paar Wachbossen voraus sein. Kameroth und seine Männer warten einem Feld noch wesentlich von ihr. So, ein paar Kulturen. 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 Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? Ziele noch öffentlich! Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von ihnen und wir werden siegen, Captain Price. Ich muss siehen. Ginson! Ginson! Wo ist er? Wo ist er? Das Haus! Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes! Das war doch gar nicht so schwer! Und jetzt setz dich in die Ecke! So, Gass! Wir müssen zu dem Haus bevor dem Informat was passiert! Dann los! Was? Aus! Ja! No! K mañana! Oh! Das war's für heute. Siehler, travisieren! Siehler, eliminieren! Schüsse, Bewegung! Vielleicht lebt er noch! Geh es auf die Rückseite und unterbricht die Strom zuvor! Alle andere bereit machen! Geh es! Jetzt! Okay, Strom unterbrochen! Los! Victor! Siehler! Diese Nachtsichtgeräte, mach das einfach! Sascha! Siehler! 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 Jetzt weiß gar... Wer ist das? Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rauskörbelt habt. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1. Over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg. Ende. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Haben die Amerikaner schon Alasad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Alasad nunmals lebend kriegen.